Wie beschreiben Sie sich selbst in fünf Worten? Gelassen, überlegend und dann zielorientiert anpacken. Reicht. Was fehlt Ihnen persönlich in der Stadt Salzburg? Mehr gemeinsames, das gemeinsame Miteinander fehlt mir. Was machen Sie am Karfreitag? Am Karfreitag kein Fleisch essen. Was schätzen Sie an Ihrem Konkurrenten? Man kann mich gut diskutieren und er ist dann auch schnell bei der Sache. Und wir haben doch immer gemeinsam auch gute Lösungen zustande gebracht. Wenn Sie noch Schüler wären, würden Sie die Schule schwänzen, um für das Klima zu demonstrieren? Aus heutiger Sicht ja.